ja hallo und herzlich willkommen zurück zu meinen das effekt ist ja werden im Hintergrund gerade noch der letzte Part von letzten Aufnahmen hochgeladen wird spieler von Arbeiter unglaublich und ja jetzt haben wir Gareth im Team Gachos und müssen irgendwo hin und müssen nicht die Waffe ziehen steckt sie wieder weg schön falls er es fragt wo die 2 war letzte ist bleiben im Moment um den Probleme den Spielers nicht starten kann deswegen was verschoben bis es wieder geht hier rein Rex mit Rack Spassion Rex ach ja hier sie ist erscheint Akademie genau das sollte ich ja irgendwo hin irgendwie hallo hey kommst du nicht weiter hä 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 naja bin ich mal nicht so ne ähm ja ziehst du C-Sicherheits-Akademie hier natürlich jetzt gut zu wissen wo die ist äh hier nicht soviel schonmal klar Fistsbo ne wir müssen ja Rex finden dann gehen wir nochmal zurück n n C-Sicherheits-Akademie sie können ihn dort finden wenn sie mit entsprechen C-Sicherheits-Akademie n c-Sicherheits-Akademie gemäßert der Konsortien Botschaften die Moment Bezirkszugang und hoffen dass da die C-Sicherheits-Akademie ist das die C-Sicherheits-Akademie ins Übertreppe hinunter die Bezirke warum ein Kieber cool ähm warum ruckert das Spiel jetzt eigentlich hm mein letztes Mal liegt noch flüssig keine Ahnung was das jetzt ist hier und sie verstoßen gegen Zitadell-Gesetz soch gut ach hier die diskutieren immer noch ein C-Sicherheit da lang huah hm so sehr schön hier schau mal was an zur C-Sicherheits-Akademie die Rampe runter und immer und immer der Straße nach da gehe ich Straße schon wieder hoch aber ich denke mal ja ey das ging aber schnell ja zur C-Sicherheits-Akademie ja zur C-Sicherheits-Akademie da kommt jetzt so coole News wieder ja 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 das höre ich immer so gerne ja die Koganer hatten Binhex damit beauftragt Studien durchzuführen um ihre genetische Sterilisation auf lange Sicht heilen zu können hm später klagte die Gruppe auf die Rückzahlung ihres Geldes als die Studie keine verwendbaren Ergebnisse hervorbrachte ja grittisch dum 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 Fahrstummusik ist so cool geh auf Tür dankeschön Yeah. Und da haben wir schon einen. Ach ja, Rex. Zeugen haben ihre Drohungen in Fists Bar gesehen. Halten sie sich fern. Sie schreiben mir nichts vor. Das ist ihre einzige Warnung. Warnen sie Fist, ich bring ihn um. Soll ich sie verhaften? Ich will, dass sie es versuchen. Nur weiter. Raus hier. Kenne ich sie. Ich heiße Shepard. Ich suche Fist. Dachte, sie wollten vielleicht mit. Shepard? Commander Shepard? Ich habe schon viel von ihnen gehört. Alle haben schon was von mir gehört. Wir sind beide Kämpfer, Shepard. Ich gebe ihnen respekthalber genügend Warnung. Ich bringe Fist um. Fist weiß, dass sie kommen. Gemeinsam haben wir bessere Karten. Mein Volk hat ein Sprichwort. Finde den Feind deines Feindes und du findest einen Freund. Schön, sie bei uns zu haben, Rex. Gehen wir. Fist soll nicht warten. Jetzt nehme ich die zwei coolsten mit. Yeah. Zwei Aliens. Wow. So. Oh, müssen wir jetzt wieder mit dem coolen Fahrstuhl fahren? Nein. Da gibt es auch gleich. Ha. Zum Glück. Glück gibt es hier überall, wo ich nicht weiß, wie so ein Ding hier runterkommen soll. Korra's Nest. Äh. Hier ist aber laut. Sieht geschlossen aus. Vor allem sieht es aus, dass da ganz viele Gegner sind. Ja. Stopp. Wie war das noch mal? Ich bin jetzt noch gelangt. Haha. Töge ich in der Schlauhe in den Deckung. Wie ist die alle umbäscher? Ach, immer wieder dieses Wechsel so. Na, Sniper hochschauen. Ja. Hm. Sabotage, woher sie sehen? Ja. Boah. Übelst. Cool. So. Feuer-Eindämmungssystem. Darauf hätte ich eigentlich auch schießen können. Zu spät. Los, los, los! Stehen bleiben! Kommen Sie nicht näher! Oh! Warum musst du dich immer alles selber machen? Weil du nur unfähige Mitarbeiter hast. Was war das? Oh, was ist denn jetzt los? Macht ihr mal ein paar Fähigkeiten? Na, na? Absorbier zusätzlich zum Fähigkeiten. Nicht verfügbar. So, mal schnell heilen. Ja, 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 ja. Warten Sie! Töten Sie mich nicht! Ich gebe auf! Wo ist die Quarianerin? Sie ist nicht hier! Ich weiß nicht, wo sie ist! Das ist die Wahrheit! Naja, ja, 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 ja. Wir benutzen Ihnen jetzt nichts mehr. Lassen Sie mich ihn töten. Warten Sie! Warten Sie! Ich weiß nicht, wo die Quarianerin ist, aber ich weiß, wie Sie sie finden können. Die Quarianerin ist nicht hier. Sie sagte, sie redet nur mit dem Shadow Broker persönlich. Von Angesicht zu Angesicht? Unmöglich. Selbst ich wurde von einem Agenten angeworben. Den Shadow Broker kann man nicht nach dem Klinik riechen. Selbst ich kenne seine wahre Identität nicht. Aber das wusste sie nicht. Ich sagte ihr, ich arrangiere ein Treffen. Aber wenn sie auftaucht, werden Sarens Männer auf sie warten. Nennen Sie den Ort. Sofort. Hier in den Bezirken, in der dunklen Gasse am Markt. Sie müsste sich jetzt mit Ihnen dort treffen. Sie sollten sich beeilen. Was machen Sie? Ich soll ihn für den Shadow Broker töten. Und ich erledige meine Jobs. Bei Ihnen mussten viele sterben. Er hat es heraufbeschworen. Und jetzt weiter. Wir müssen die Quarianerin retten. Boah. Vorher ist das Spiel. Ja, ich muss die Quarianerin retten. Wie komme ich hier raus? Es ist so Gott. Ja, erstmal hacken. Oh cool. Das ist gelohnt. Alles nicht. Ich habe keine Zeit, groß zu überlegen. Ich heile uns nochmal. Da bin ich gerade beschossen. Ich glaube, es hackt. Mein Verbündeter. Dass die Feinde mich beschießen, nicht mehr klappt. Ich war schon wieder kurz davor, nachzuladen, was ja hier eigentlich sinnvoll ist. Schon wieder so ein Feuereindämmungssystem. Wo muss ich nochmal hin? Ich glaube, sie müssen in die Gasse, bevor sie von ihm getötet wird. Da geht es halt so nicht lang. Hier geht es lang. Ich hoffe, ich bin richtig. Ja, sieht so aus. Haben Sie sie dabei? Wo ist der Shadow Broker? Wo ist Fist? Die kommen gleich. Wo sind die Beweise? Keine Chance. Der Deal ist gelaufen. Cool. Cool.